Hallo sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Mein Name ist Maxi und ich komme direkt aus dem Weißen Haus aus Washington, D.C. Wir sind hier in Austria, das Land, das durch seine unendlichen Wälder bekannt geworden ist, wie auch Präsident Donald Trump bereits gesagt hat. Er hatte recht, hier ist wirklich only wild, wild and wild! Wir sollten uns ein Vorbild von den Österreichern nehmen. Darum haben wir die Mill School von Strongberg besucht und die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler in Swissiro genommen. Jetzt sehen wir, wie wir uns ihre Schulauspielung vorstellen. Und dann werden wir sehen, wie die Realität ist. Musik 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 Und jetzt ist die Realität. Musik 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 Amen. 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 Amen.